Hey ihr schönen Menschen, mir fällt in letzter Zeit vermehrt auf, dass viele Zuschauer den ganzen queeren Begriffen, die ich in Videos so nutze, nicht wirklich folgen können. Das tut mir natürlich sehr leid, für mich sind die im Alltag einfach so normal geworden, dass ich gar nicht mehr wirklich drüber nachdenke, dass andere die vielleicht nicht verstehen könnten. Deswegen dachte ich mir, ich erkläre heute einfach mal ein paar der häufigeren Begriffe, um die Verwirrung daraus zu nehmen und jetzt rushen wir direkt ein bisschen durch, damit wir möglichst viel schaffen. Sexuelle und romantische Orientierung sollten ja recht offensichtlich sein. Das eine beschreibt, zu welchem Geschlecht oder Geschlechtern du dich sexuell und das andere, zu welchem du dich romantisch hingezogen fühlst. Gender Identity ist das Geschlecht, mit dem du dich identifizierst oder genauer das, was du bist, denn du suchst es dir nicht aus. Viele würden dazu wahrscheinlich soziales Geschlecht sagen, ich denke aber, psychologisches Geschlecht trifft es noch etwas deutlicher, obwohl natürlich auch eine soziale Komponente mit da rein spielt. Gender Expression beschreibt wiederum deine Ausstrahlung, dein Äußeres, also praktisch als welches Geschlecht du gelesen werden würdest, je nachdem, wie du dich aufstylst, was du trägst und so weiter. Und Gender Roles, also Geschlechterrollen, beschreiben eine gesellschaftliche Erwartung, wie du dich entsprechend des Geschlechtes, das dir zugeschrieben wurde, zu verhalten hättest. Abgesehen von Gender Roles können alle diese Eigenschaften unter dem Begriff Queer zusammengefasst werden, auch wenn einige den Begriff nicht gerne nutzen, weil er früher in einem abwertenden Kontext gegenüber Schwulen und Trans-Personen benutzt wurde. Synonym dazu könnte man praktisch den Begriff LGBTQI nutzen. Die einzelnen Buchstaben stehen für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer und Inter und der Stern lässt Platz für weitere Buchstaben, die noch nicht mit drin sind. Zum Beispiel könnte man noch ein A für Ace dahinter schreiben. Cis-Gender bezeichnet Menschen, die sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren können. Cis ist dabei keine Beleidigung, sondern einfach nur das Gegenteil von Trans. Cis-Hat steht für Cis-Gendered Heteros, also für Menschen, bei denen sowohl Geschlechtsidentität als auch Orientierung der Norm entsprechen. Manche Queers nutzen den Begriff allerdings auch, um Ace-Personen damit auszuschließen, wie ich kürzlich lernen musste. Trans ist ein Oberbegriff für alle Menschen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können. Dahinter verstecken sich noch die Begriffe Transsexuell, Transgender und Transident und da fängt es an, etwas komplizierter zu werden. Einige argumentieren, dass Transsexuell Personen beschreibt, die eine geschlechtsangleichende Operation oder Hormontherapie durchlaufen haben, während Transgender Menschen bezeichnet, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, was ihnen zugewiesen wurde, auf diese Behandlung allerdings verzichten. Andere sagen wiederum, nein, das marginalisiert Trans-Personen, die sich keinem Angriff unterziehen und trotzdem stimmen manche Dinge bei ihnen ja schon nicht überein, wie zum Beispiel der Aufbau des Gehirns oder bestimmte körperliche Vorgänge. Und außerdem entscheidet dein Körper nicht über deine Geschlechtsidentität. Eine Transfrau ist zum Beispiel immer eine Transfrau, egal ob sie nun einen Penis hat oder nicht. Besser ist es deswegen immer einfach nur den Begriff Trans zu verwenden oder zu fragen, welchen Begriff jemand für sich am idealsten hält. Einige lehnen Transsexuell ab, weil sie sagen, es hat ja nichts mit Sex zu tun. Einige lehnen Transgender ab, weil sie sagen, es geht über Gender hinaus. Und einige lehnen auch Transident ab, weil sie sagen, es ist nichts, womit sie sich identifizieren, sondern was sie einfach sind. Gender Dysphoria bezeichnet, dass eine Person unter psychischem Stress und Unwohlsein leidet, weil zugewiesenes Geschlecht, Geschlechtsidentität und gegebenenfalls auch der eigene Körper nicht miteinander vereinbar sind. Gender Dysphoria oder Geschlechtsdysphorie im Deutschen ist ein medizinischer Zustand, bei dem eine Behandlung manchmal sinnvoll sein kann, allerdings keine psychische Erkrankung. Die Bezeichnung AMAB und AFAB stehen für Assigned Male bzw. Assigned Female at Birth, also das Geschlecht, was dir bei deiner Geburt zugewiesen wurde. Der Begriff zugewiesen ist deswegen so wichtig, weil Transpersonen nie das Geschlecht waren, das ihnen zugewiesen wurde. Daneben stehen FTM und MTF für Female to Male und Male to Female. Also das erste Wort steht jeweils für das Geschlecht, das dir zugewiesen wurde und das letzte Wort dafür, welches Geschlecht du wirklich bist. Wir nutzen die Begriffe Transfrau, Transmann und Transperson, bei der Trans nur als Adjektiv funktioniert, weil es keinen Teil ihrer Geschlechtsidentität darstellt, sondern lediglich ausdrückt, dass das zugewiesene Geschlecht nicht ihrem echten Geschlecht entspricht. Deswegen sollte man den Zusatz Trans möglichst auch nur dann nutzen, wenn es gerade wichtig ist, zu betonen, dass die Person Trans ist. Ansonsten sind es einfach nur Frauen, Männer oder Personen. Non-Binary bezeichnet jemanden, dessen Geschlechtsidentität nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen ist, oder beiden gleichzeitig oder vielleicht auch gar keinem Geschlecht. Non-Binary dient dabei nur als Schirmbegriff, der alle möglichen Leute darunter zusammenfasst. Ich benutze ihn aber zum Beispiel selber auch als Identitätsbegriff, weil ich mich selber nicht genau definieren kann und es für mich selber persönlich auch nicht brauche. Manche Non-Binary Personen erleben Gender Dysphoria, durchziehen Hormontherapien oder geschlechtsangleichende Operationen, treten Androgyn auf und oder verwenden neutrale Namen oder Pronomen. Das ist aber wie bei Binär-Trans-Personen, die dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind, auch bei jedem unterschiedlich. Non-Binarys lassen sich auch in dem Begriff Trans mit zusammenfassen, einige Non-Binary Personen lehnen das aber für sich selber ab. Anby ist das Non-Binary Equivalence zu Mann und Frau. Ihr könntet also zum Beispiel sowas sagen wie, Elliot ist mein Lieblings-Anby. Manche Leute mögen aber auch das nicht, weil es so verniedlichen klingt. Ich zum Beispiel mag es aber gerade deswegen. Trans-Feminine und Trans-Masculine bedeuten, dass man sich mit Maskulinität oder Femininität identifizieren kann und kann auch, muss aber nicht unbedingt heißen, dass man dabei Mann oder Frau ist. Beispielsweise könnte eine Person, die bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugeordnet wurde, eigentlich Non-Binary sein, sich aber trotzdem auch als Trans-Feminine ansehen, weil sie sich mit Femininität identifizieren kann. Wird gelesen als, bezeichnet das Geschlecht oder die Orientierung, als der jemand in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Passing dagegen bedeutet, dass jemand als das Geschlecht wahrgenommen wird, was er auch wirklich ist. Also zum Beispiel, wenn eine Trans-Frau von Fremden auch direkt als Frau wahrgenommen wird. Misgendering bedeutet, jemanden entgegen besseren Wissens weiter mit dem falschen Pronomen anzusprechen, wogegen Dead-Naming bedeutet, jemanden entgegen besseren Wissens weiter mit dem Geburtsnamen anzusprechen. Beides kann übrigens als trans-feindliche Gewalt angesehen werden, weil es die Identität und damit auch die Existenz von Trans-Personen verleugnet und somit die Türen dafür öffnet, sie komplett zu entmenschlichen. Truscam oder Trans-Fundamentalist bezeichnet größtenteils Trans-Personen, die andere Trans-Personen delegitimieren und ihnen das Transsein absprechen, wenn sie keine physische Dysphorie verspüren. Was Non-Binaries angeht, schließen manche sie komplett aus und andere nur die, die auch keine physische Dysphorie verspüren. Da die medizinisch-pathologische Definition von Trans eine westliche Erfindung ist, sagt man auch, Trans-Fundamentalisten halten Kolonialismus und weite Überlegenheit hoch, wenn sie als Gatekeeper fundieren. Gatekeeper bezeichnet meistens Queers, die anderen Queers das Queersein aberkennen, aus welchen Gründen auch immer. An dieser Stelle will ich übrigens nochmal schöne Grüße an Persiex ausrichten. Hab dich lieb, bae. Trans-Mysogenie bezeichnet Diskriminierung von Trans-Frauen, nicht weil sie Trans sind oder weil sie Frauen sind, sondern explizit, weil sie Trans-Frauen sind. Trans-Panic bezeichnet meistens einen Zustand von Cis-Personen, sobald sie herausfinden, dass sie gerade eine Trans-Person daten, wenn sie das vorher nicht wussten. Was übrigens auch bis heute der Hauptgrund für Gewalt gegen Trans-Personen ist. Heteronormativität bzw. Cis-Normativität bezeichnet ein System, in dem hetero bzw. Cis zu sein als Norm festgelegt wird, an der jeder gemessen wird. Heterosexismus oder Cissexismus bedeutet hingegen wieder, dass Menschen ein geringerer Wert zugewiesen wird, wenn sie nicht Cis oder hetero sind. Intersexualität bedeutet, dass jemand bei der Geburt nicht anhand seiner Anatomie in ein Geschlecht eingeordnet werden kann. Das System dahinter, das alles in zwei Geschlechter passen muss, bezeichnet man hingegen als Gender Binary. Dann gibt es noch den Begriff Gender Non-Conforming, der Menschen bezeichnet, die nicht in das traditionelle Geschlechterbild passen, sich vielleicht aber trotzdem mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Der Begriff Ace bezeichnet Menschen, die entweder gar nicht oder nur unter strengen Voraussetzungen sexuelle bzw. romantische Anziehung verspüren. Der Begriff ist etwas genauer als asexuell, weil er mehr Variationen zulässt. Bei gleichgeschlechtlichem Sex bezeichnet Top den Partner der Penetration ausführt und Bottom den Partner der Penetration erhält. Power Bottom bezeichnet jemanden, der Bottom ist, aber dabei dominant agiert und Service Top ist das genaue Gegenteil. Service und Power lassen sich dabei auch immer entsprechend austauschen. Versatil bezeichnet hingegen jemanden, der weder immer Top noch immer Bottom ist. Nicht zu verwechseln übrigens mit Power Bottom, das wäre dann nämlich diese Band hier, die übrigens verdammt, verdammt gute Musik machen, deswegen unbedingt mal reinhören. Ich werd nicht dafür bezahlt, das zu sagen, ich liebe sie. Polyamorie bezeichnet Beziehungsformen, die sich nicht unbedingt auf einen Partner beschränken. Dabei gibt es offene Beziehungen, was heißt du hast einen Partner, hast aber auch mit anderen Leuten Sex. Dann gibt es Polyfidelity, was heißt du führst mehrere Beziehungen gleichzeitig, hast auch mit all diesen Leuten Sex, aber mit keinem davon ab. Und dann gibt es noch Subrelationships, was heißt du führst sozusagen eine Hauptbeziehung und daneben noch andere Beziehungen, die aber weniger wichtig für dich sind. Twink bezeichnet im Slang einen jung aussehenden, schlanken Mann mit geringer Körperbehaarung und wenig Männlichkeitsmerkmalen. Wogegen ein Bier jemand ist, der sehr viel Behaarung aufweist, wie der Name wahrscheinlich schon sagt. Beide Begriffe sind aber extrem sexualisierend, also lieber nicht beschreibend verwenden, damit kannst du schnell auf die Fresse fliegen. Fem bezeichnet eine Person, die sich mit Femininität identifiziert, unabhängig ihres Geschlechts. Effemination bezeichnet Weiblichkeit bei meist männlichen Personen und Virilität bezeichnet Maskulinität bei meist weiblichen Personen. Wenn eine Person Eigenschaften beider binärer Geschlechter in sich vereint, dann nennt man das auch Androgyn. Als Butch oder Tomboy werden dagegen oftmals Frauen bezeichnet, die sich aber eher nach einem männlichen Rollenbild oder männlicher Gender Expression richten. Natürlich sollte für all diese Begriffe aber gelten, ob Menschen sich in diese Schubladen stecken wollen, das entscheiden sie erstmal selbst und keine anderen. Also respektiert das dabei bitte auch. Und so, das war jetzt einiges. Jetzt versteht ihr Videos wie diese hier vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und wenn ihr mehr Videos zu queerfeministischen Themen sehen wollt, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen hoch oder einem Abo. Es würde mich freuen, wenn ihr auch den Merch auscheckt und ich freue mich natürlich auch über Spenden auf meiner Patreon-Seite. Und ich würde sagen, ich bin ein süßes Halparker, ihr seid süßes Halparkers, jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf und bis dann.